wir haben das auch noch mit na was du heute kannst verkaufen der rest nicht vergessen beziehungsweise nicht zu ende gereimt also naja ich bin mal gespannt was jetzt hier danach kommt ob es dann kürzer wird oder ob das lange bleibt und dann kann ich entscheiden was ich tue und ob ich was tue aber ich hoffe irgendwie dass das das passt also hier das passt auf jeden fall das eventuell auch ich weiß noch nicht es ist auf jeden fall alles dafür fertig außer die haze dann kann ich nämlich den nächsten auftrag sehen ich kann manche den Tee Das wäre jetzt beinahe dumm geworden, der ist ja noch heiß, der Tee Das ist ja noch heiß, der Tee Na gut, also ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass es jetzt gleich schnell geht. Die restlichen dreimal gießen dürften eigentlich dann so eine Minute oder eine halbe Minute sein, also insgesamt dann zwischen drei und anderthalb Minuten. Und dann müsste ich das eigentlich abschneiden können. Ja, okay. Jetzt geht das schnell. Oh, geil. Kann ich gleich die nächste Story-Mission anfangen. Geil! Beziehungsweise sehen, was das ist für eine. Okay. 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 Ah, guck mal. Da kommt, da kommt, da kommen die Monetas rein. Hier sind noch irgendeine Sorte, die ich gerade nicht brauche. Nehmen wir hiervon noch 10. So, und jetzt habe ich wieder Platz hier in dem Saustall. Ach, guck mal, jetzt! Eher! Ach, guck mal. Ach, guck mal. Oh, meinst. Oh. so okay die tapete kann ich leider nicht aufheben aber ich habe das erledigt also weg damit steine na toll lager verbessern okay jetzt muss ich jetzt muss ich noch mal was aus dem schuppen verchecken ich habe etwas zu viele bestellungen angenommen und jetzt haben wir keine ware mehr wir haben noch zeit diese bestellung zu erfüllen und es ist schlecht für das geschäft wenn man aus einem deal aussteigt wir brauchen genug ware um die restlichen bestellungen zu erfüllen alter zwölf kekse zwölf mal butter oh ich habe einen meilenstein erreicht ok jacara ist fertig kassieren wir mal bam 45 diamanten geiler scheiß was haben wir hier höre doch auf so und schon habe ich wieder knete ja geil ok das dauert noch eine stunde was ich dort wieder was ist hier los ach guck mal so was wird er jetzt bestimmt wieder ja gut ja gut damit kann ich gerade nicht dienen hör auf damit kann ich gerade nicht dienen mal her schneide mal die hindu kusch noch ab aber ja wie ich es mir dachte reicht nicht ok also in 17 1 halb stunden ist der schurken größer dann habe ich die story mission soweit vorangebracht erst mal na komm wollen wir hier das hier noch beschleunigen eben das ist mir zu wenig da dreh ich nochmal ok das habe ich gern eins der ersten beiden wäre gut ja geil das nehmen wir gern das war jetzt haze machen wir doch direkt mal weiter alter ok das machen wir hoch das machen wir natürlich gern da sind wir heute wieder ein stückchen vorangekommen und wenn ihr wissen wollt wie es weiter geht dann schaltet auch morgen wieder ein schuss